so also wie schon angedeutet kommen wir jetzt mal zu unserem problem was wir haben hier an dem auto und zwar mit unserer lüftung dass die nur noch in stufe vier funktioniert und 1 2 und 3 sind tot und so sieht das ganze aus zündung brauche ich 1 2 3 nischt 4 gott sei dank weil dann kriegt man wenig seine scheiben freigeblasen und hat auch eine lüftung das problem ist kein unbekanntes bei fiat und den baugleichen autos da gibt es auf youtube die tollsten filme was da passieren kann und da ist das was bei uns passiert ist an sich ein kindergeburtstag dagegen gott sei dank und das problem lässt sich auch relativ schnell beheben so ich zeige euch jetzt das problem erstmal ausgebauten zustand weil da drinnen das ganze befindet sich auf der rechten seite beifahrersitz unter dem armaturenbrett und da ist sehr sehr wenig platz und da weiß ich nicht also beim außeneinbau kann ich da mit sicherheit nichts filmen das glaube ich einfach nicht deshalb aber das ist nicht schlimm wenn ihr in den fußraum euch mal reinlegt auf der beifahrer seite und nach oben unter das armaturenbrett versucht zu gucken dann werdet ihr vier kabel sehen die und diesen stecker diese kabel gehen dann richtung gebläse und ihr seht diese diesen stecker bis hierhin ungefähr könnt ihr den sehen um diesen stecker abzumachen ist auf der rückseite eine verriegelung hier ihr müsst also um den stecker greifen diese verriegelung unten zu euch ziehen und dann könnt ihr den rausziehen so jetzt habt ihr diesen stecker schon mal in der hand und dann brauchte ich nur um zu drehen um zu sehen hier sind meine kontakte die steckplätze 1 2 und 3 und 5 sind belegt 4 ist frei ein kabel habe ich jetzt schon mal raus gemacht das ist hier das geht also auch relativ einfach ich gucke darauf und sehe ich okay ich habe hier drei kontakte hochgrenzen kein problem und der vierte schwarz denke ich naja machst du das ding mal raus machst das sauber aber pustekuchen problem ist das ding ist so heiß geworden dass das eine wie soll ich sagen untrennbare verbindung mit diesem kunststoff stecker eingegangen ist das ist geschmolzen und durch hitzeentwicklung und der ist nicht mehr zum raus machen und man kann auch das sehen ich hoffe es zumindestens und hier sieht man auch die belegung 1 2 3 4 5 und um den pin 5 rum sieht man wieder verbrannt und verschmolzen das material ist das heißt das ding hier brauche ich da nicht mehr einzubauen und wenn ihr dann diesen stecker hier ab habt wie gesagt hier regelung dann wenn ihr euch dann da irgendwie drunter legt um zu gucken dann seht ihr hier ist eine schraube drin da braucht ihr ein das mal gucken ich glaube 5 5 5 5 5 5 dann könnt ihr die raus drehen und dann sitzt das ding aber immer noch so da drin und dann sind hier und hier an der rückseite vorderseite rückseite verriegelung die müsst ihr rein drücken und dann das ganze teil ein kleines stück nach rechts zur tür hin bewegen und dann könnt ihr es endlich rausziehen so dann hatte ich das ding jetzt in der hand und konnte da mal richtig drauf gucken dann denke ich nee also das kannst du nicht mehr nehmen den stecker kannst du nicht mehr nehmen das ding kannst du nicht mehr nehmen also neu bestellen bei amazon bestellt das komplette paket subi dubi aber ich zeige euch dann auch warum ich den der oder den amazon stecker nicht benutzen möchte sagen wir es mal so solltet ihr nur die pins raus machen wollen weil das bei euch noch alles in ordnung ist nur halt vielleicht mal sauber gemacht werden muss dann ist das so dass der stecker normalerweise sieht der so aus und dann kannst du denn hier aufhebeln und rechts und links sind so kleine verriegelungen noch mal die machst du auf bei mir ist das alles schon ein bisschen kaputt durch ein paar mal machen dann kannst du den aufziehen und normalerweise hängt er jetzt bleibt er hinten hängen aber bei mir wie gesagt das ist schon kaputt und was man jetzt hier sieht das sind diese verriegelung die diese kontakte da drin halten und wenn du jetzt mit ein bisschen geduld und spucke die aufmachst ist jetzt natürlich blöd weil ich kann wenn das kabel hinten dran ist es einfach dann machst du diese verriegelung ziehst du das aus das geht jetzt bei mir natürlich nicht aber ich denke mal das prinzip ist klar dann kannst du das kabel hier abziehen und dann hast du da einen pin in der hand man kann sie sauber machen und einfach zum zusammenbauen einfach nur reinstecken man macht klick und dann ist der fest so und jetzt kommen wir zu dem teil jetzt baue ich das mal aus und dann machen wir neue drähte dran und dann hoffen wir mal dass das funktioniert so ich hoffe man kann das erkennen was ich hier versuche da ist also mein schreibchen das mache ich mal raus jetzt verriegelung drücken also die schraube ist jetzt raus und der neue stecker hat gar keine verriegelung habe ich gesehen also den braucht man nur nach rechts zu drücken dann kommt er einem schon entgegen zack solltet ihr einen haben mit verriegelung wie gesagt die verriegelung das ding rüber und dann habt ihr den in der hand hier ist jetzt mein kabelbaum sozusagen mit meinen steckern die ich dran gemacht haben die dann einmal kommen wir die 12 volt an hier gehen die drei kabel ab zum schalter ich musste hier diese schutzumwandlung stück aufmachen damit ich etwas platz hatte und diese steckverbinder hier dran zu machen weil ich glaube nicht dass das das letzte mal war dass ich das machen muss und dann habe ich das einfacher dann brauche ich das noch abziehen und es wäre jetzt die alternative werden stoßverbinder gewesen aber dann musste die kabel wieder abkneifen ein stück und so brauche ich nur an und abstecken eins noch bevor ihr da was abschneidet oder raus macht oder so macht ein bild von dem stecker dass ihr seht welche kabel wohin kommen die sind unterschiedlich gefärbt oder haben unterschiedliche farben bei mir ist es so pin 1 oder kontakt 1 ist grau 2 ist grau schwarz 3 ist weiß 4 bleibt frei 5 ist schwarz so und jetzt machen wir das ganze auf der anderen seite bei meinem stecker und dann brauchen wir das ganze ding wieder ein das heißt den widerstand kann ich jetzt schon wieder rein machen weil den brauche ich an sich nicht mehr so ich habe jetzt hier mal den grund warum ich den amazon stecker nicht verwenden konnte oder wollte sagen wir mal so weil wenn man jetzt guckt hier die kabel gerade von pin 5 und pin 3 der querschnitt ist doch erheblich größer als der von dem vorkonfigurierten stecker von amazon und ich wollte nicht das risiko eingehen dass mir da sofort wieder alles verbrennt und durch mod deshalb habe ich mir noch mal neun stecker bestellt bei ebay und da muss ich sagen das ding ein bisschen plastik stecke vier kabel wie sie da liegen und vier quetsch verbinde 26 euro das ist schon heftig aber wie gesagt mit dem stecker hier von amazon das war mir das war mir zu fischig also dass ich mache jetzt den anderen zusammen und dann stecke ich meinen stecker da unten mal rein und dann hoffe ich dass es funktioniert so jetzt jetzt mein gucken dass man ein bisschen licht kriegen mein fertiger stecker und mit meinen steck verbinden so dass ich dann immer wieder lösen kann weil ich glaube nicht dass das das letzte mal war wie gesagt und ich glaube man kann ja auch noch mal ganz gut erkennen wie unterschiedlich dick diese kabel sind und gerade pin 5 hier die wo ich annehmen dass das die 12 volt zuleitung ist da fließt wurde einiges an ampere und auch stufe 3 scheinbar also ich würde da nicht mit diesen dünnen kabeln von 1 und 2 diese beiden kontakte belegen das wenn man das risiko einfach zu groß ich stecke das jetzt mal zusammen hoffe dass es geht so jetzt ist mein die kabel und mein stecker wieder verbunden und steckt man dass man da drauf hoffentlich das jetzt noch mit der falschen brille klick drin die kabel muss ich noch verstauen weil wenn ich hier mal sitzen mit meinen großen füßen dann glaube ich hat sich das mit dem pläser die pläser bald wieder erledigt jetzt müssen wir erst mal gucken ob sie überhaupt geht zündungen daumen drücken 1 geht 2 alles wieder gut so noch mal eine ganz kurze zusammenfassung von meinem problem was ich hier hatte erste drei stufen gingen nicht vierte stufe ging am gebläse also kann man schon mal davon ausgehen dass die sicherung nicht kaputt ist und wenn jemand dieses problem auch hat da mal unbedingt nachgucken nach diesem ich nenne es jetzt mal widerstandspaket ich weiß gar nicht wie das ding richtig heißt sind drei verschiedene widerstände nacheinander geschaltet und das ding zu wechseln ist jetzt nicht so ein riesen problem habt ihr ja gesehen ich habe mich dazu entschieden steckverbinder zu benutzen statt stoßverbinder weil ich davon ausgehe dass das nicht für die ewigkeit ist dass das wieder kaputt gehen wird das scheint irgendwie ein konstruktionsfehler von 4 zu sein dass diese stecke so heiß wird das eventuell wie so wie es bei mir passiert ist die kontakte das plastik zum schmelzen bringen und dann ist da unten endegelände da gibt es wie gesagt auf youtube andere beispiele wo ganze kabel zusammengeschmort sind also das ist jetzt nicht so ich habe da nichts verkehrt gemacht oder so das ist bauartbedingt das teil bei amazon bestellt was ich davon verwendet habe waren die widerstände selbst den steckern nicht weil mir war das mit den kabel querschnitten zu wenig für die kontakte 3 und 5 ich wollte da doch dann auch die entsprechenden kabel haben für die scheinbar ampere die dann dann doch fließen und der hat mich halt dann noch mal 26 euro gekostet aber damit kann ich besser schlafen und ja das war's mal gucken wie lange es hält wie gesagt ich denke für die ewigkeit wird es nicht gemacht sein ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit helfen der vielleicht das gleiche problem hat nicht gleich braucht man nicht gleich zu fiat fahren und wer weiß wie viel geld da zu investieren das kann man relativ gut selbst machen okay bis zum nächsten mal